Hallo zusammen, ich bin Franzen, Trainerin hier am HADIS in Greifenberg und wir sprechen heute mal über das Thema Endorphine. Aber wie wirken Endorphine jetzt? Das Grundlegendste ist, dass sie die Schmerzen lindern, beziehungsweise wenn wir einen Unfall haben und eine Verletzung, diesen Schmerz nicht sofort spüren. Allerdings gibt es auch noch weitere Auswirkungen, die allerdings wissenschaftlich noch nicht belegt sind. Weitere Auswirkungen können sein. Einmal ein verbesserter Schlaf, Senkung von Stress, Verbesserung des Immunsystems, Bildung von dem Sexualhormon oder auch die Regulierung des Hungergefühls. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, da freue ich mich für meine Endorphin-Produktion. Abonniert den Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um alle wichtigen News und Updates zu erhalten und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.